So, dann habe ich noch ein kleines Video hier aus Steyrberg, Windpark Steyrberg, mit den E66 hier, geil. Ja, schöner Windpark hier und man sieht hier auch viele, die ganzen E66, die E40 und ja, die ganzen E66, ne. Und dann stehen noch zwei Neck-Bito M60, zwei E53, die hier auch noch, die anderen E40, da hinten die größeren, wo halt von einem nur eine steht. Ja, schon heiß, der Park hier, ne. Ja. Dann das Burma-Lennendorf, da war ich vorhin, noch auf den E216, die IP3. Und ja, dann sind wir in Park Schiffenburg, mit den Lockern E15. Und da ganz hinten durch, Schönmann. Und dann noch Windpark, der Lockung. Dann ganz hinten stehen wir in der E15, Hallenfahrer, dann sind die E82, oder 30 Meter. Dann sind die E15 E2, das ist ein Schiffenpark Schiffenburg, das ist der E15 E2 Windpark. Und ja, das ist schon eine richtig nice Sache hier. Ja, würde ich sagen, das war's wieder mit dem Video, soll noch ein kleines Video sein. Von der E67, von der Schillkarte. Ja, dann würde ich sagen, bis dann, und schau.